Zusätzlich zur Veränderung der Größe wollen wir unserem Panda nun ein weiteres Verhalten geben. Gehen wir dazu wieder zur Objektansicht von unserem Objekt. Neben Skripten kann jedes Objekt Aussehen und Klänge haben. So wie ein Schauspieler mehrere Kostüme hat oder auch ein Fußballspieler mehrere Dekos, so kann auch unser Objekt verschiedene Aussehen haben. Wir fügen unserem Objekt nun ein neues Aussehen hinzu. Tippe unter der Objektansicht dazu auf Aussehen und schließe ich auf das Plus-Symbol links unten. Wir holen unser Aussehen aus der Medienbibliothek und wählen diesmal einen Panda, der die Augen verdeckt hat. Unser Objekt hat nun zwei verschiedene Aussehen. Diese können wir nun auch in unserem Programm einsetzen. Tippe dazu auf Zurück, um wieder zur Objektansicht zu kommen. Unter Skripte müssen wir wieder nach passenden Bausteinen suchen, mit denen wir das Aussehen von unserem Objekt verändern können. Dieser finden wir unter der Kategorie Aussehen. Wähle den Baustein Nächstes Aussehen und platziere ihn unter Warte eine Sekunde. Wähle nochmal den gleichen Baustein und platziere ihn unter dem anderen Baustein. Warte eine Sekunde. Schauen wir nun unser Programm wieder an. Siehe da, immer wenn unser Panda die Größe verändert, wechselt er auch sein Aussehen. Ziemlich cool, oder? Schauen wir Unser Vielen Dank.